Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Haben Sie sich verritten? Tut der mir überhaupt was? Anscheinend schon! Wow! Hm. Okay. Vielleicht sollte ich Ihnen doch noch nicht begegnen. Aber auf jeden Fall machbar. Auf jeden Fall machbar. Das macht gut Spaß. Boah, aber das war ein heftiger Schlag. What? Das war fast ein One-Hit. Nein, jetzt werden wir sehr unvorsichtig hier. Jetzt werden wir sehr unvorsichtig. Oh, der hat wieder gesessen. Oh, dieser Move, ne? Ich war voll in der Ausweichrolle, aber er trifft mich trotzdem. Das macht keinen Spaß mehr. Ich mach eine Pause. So, da sind wir wieder und wir machen fröhlich weiter. Oh, Alter. Oh, Alter. Geh mir nicht auf den Sack, Mann. Nein, das ist jetzt wieder so knapp. 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 Okay. 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 Es geht jetzt wieder los. Untertitelung des ZDF, 2020 Jaaaaaaah, du Scheiße, ich habe dich. eine goldene helle bade wenn ich es geschafft ja wir haben es geschafft aber das ist doch goldene helle bade was kann das kann ich nicht benutzen geil irgendwas für mehr standard stich ist das einfach nicht in meinem wachenrepertoire 134 eigentlich ist die ganz cool ganz gut aber große last auf jeden fall vielleicht ist einfach zu schwer ausdruckstungsgewicht würde 50 gehen stärke 30 nötige attribute auch da stärke 30 stärke 30 müsste stärke 30 was das ist ja richtig zukunftsmusik habe ich den etwa zu früh gemacht seine wache die kann ich noch lange nicht benutzen oh mein gott aber dafür erstmal vielen dank fürs zuschauen wir machen das nächste mal weiter wow jetzt muss ich kurz mich beruhigen ja 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 Vielen Dank.